Ich bitte um einen Applaus für Scott Walsh! Passen Sie gut auf. Die Einschüchterung! Ja! Steig in den Camp, hier in Vicky, you freaks! Charlie, we're gonna have to do it! Andy, stop it! Andy, stop it! I'm gonna have to move around! Don't stop it! Woohoo! To escape the rear naked choke, you wanna break the grip, and you wanna start pulling and go to the side. No, 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 that just helps me sink it in tighter. Oh, oh. Ding, ding, ding. Boom! Ke-Kalbo-bong-bong-dung, lever shut. Dung, 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 knock, a blow, but just to make it feel the lever. Poof! Can you move it? Not much. It just hurts a little bit when you do it. Give it a try. Here's a try. Just a little bit right there. That's it? That's all? We're a goose. Yeah. You're gonna have to go to the hospital. You've dislocated your shoulder. Okay, here's the thing. Last time I went to the hospital, it actually cost more than I made in the fight. So... You gotta help me. But I would have to reset it. Okay. Okay. Just... What do you do? Easy. Yeah. No, 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 no. Okay, no, that's not... No, hold on. I have to find the right angle. Okay? Give it to me. Easy, easy, easy. You gotta go easy. No, this is not a good idea. Okay, I wanted to lean on my shoulder when you get off the chair. Why is that about that? Ah, please. We're gonna do this right now. No, that hurts. That's a level I can't go to. You're too late. You're too late. Come on, I'm a Lehrer of the year. Yeah, for 10 years. Come on, it's like 8 years. As you know, the Wilkinson High has a lot of years in a lot of health. We're not preparing all of the non-planning activities. All of us leave the kids in the stick. Why do we do that not force? Oh, and who will that do? We. Wie lautet der Plan? Ich muss mir was überlegen. Tja, gleich nachdem wir das hier gesehen haben. Unglaublich, dass er für diese Vorstellung 10 Riesen bekommt. Aber er hat verloren. Hätte er gewonnen, wären es 50 gewesen. Ich will mixed martial arts kämpfen. Das ist verrückt. Wissen Sie überhaupt, wie das geht? Nein. Nein, weiß ich nicht. Sie sind Lehrer, Scott. Sollten wir jemanden anrufen? Sie wollen Käpfer sein? Fangen Sie im Käfig an. Ist das ein Huhn? Das ist unterstes Niveau. Sie werden in die Fußstapfen dieser großartigen Kämpfer treten und die Herzen ihrer Gegner mit Furcht erfüllen. Du hast dir die Schulter ausgereckt. Du musst mir helfen. Bereit? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ausprobieren? Wie meinst du, das hast du... Wissen Sie was? Sie werden gar nichts kürzen. Das hier ist die erste Rate. Auszeit! Was für eine Auszeit! Auszeit? Dir gibt's keine Auszeit, klar? Sie werden im Badeanzug verprügelt. Damit demütigen Sie die Schule! Ich meine, wenn du das nicht machst, wird sich nie was ändern. Du inspirierst deine Schüler, wie ich sehe. Also gut, einigen wir uns auf folgendes. Derek war's! Ach, das kriegst du zu! Komm schon Leute, wir machen hier alles dreckig. Ich glaub nicht, dass ich es geschafft habe. Sie können auf der Stelle aufgeben. Und alles, wofür wir gearbeitet haben, wird bereits erreicht sein. Unsere Schüler, sie sind inspiriert! Nee, Mann, das war ein toller Kampf! Tut mir so leid! Wenn ich den Ball versenke in diesen Korb, kommst du dann zu mir zum Essen? Klar! Nein, das ist geschummelt! Hab ich getroffen? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020